Ich habe 24 Stunden nur von Süßigkeiten-Automaten gelebt und habe tatsächlich gestartet mit einem ganz normalen Frühstück. Wie fandet ihr mein Frühstück und hättet ihr es vielleicht sogar genauso auch gegessen? Euro rein, da fällt es runter, Freunde. Mein Frühstück! Mhm, mhm, seht ihr, Freunde? Ja, kann man jetzt nicht so viel falsch machen.